Schönen guten Morgen noch einmal beim Aufsteigern 2015, Bühnenprogramm Dummelblot. Sie sehen die Volkstanzgruppe Bad Gans, den haben Sie heute ganz besonders schön gemacht. Schön sind Sie immer. Aber Sie haben heute noch einen großen Fernsehaushalt bei ServusTV. Bis dann um 14 Uhr im Fernsehen zu sehen. Jetzt gibt es noch ganz einen besonderen Traditionstanz, den außerhalb der steinischen. Und da um 11 darf ich gleich ankündigen, den Trachtenverband Oberes Murthal. Aber jetzt auch sehr steinischer. Und da um 15 Uhr im Fernsehen zu sehen. Musik 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 Applaus Applaus Applaus